ja hallo und herzlich willkommen zurück zu den rpg maker vxa tutorials mit der datenbank heute wieder und zwar mit den klassen letztens vorgestern hatten wir die helden gestern kam nichts aus dem grund weil ich geburtstag hatte habe ich mir gedacht komm ich mache heute mal nichts aber heute geht es weiter zwar etwas später wird wahrscheinlich so 18 uhr werden aber das video kriegt auf jeden fall heute noch weil es wird nicht mehr so lang sein wie das helden tutorial was ja fast eine halbe stunde gedauert hat was ich selber nicht gedacht hätte ich hätte so zwischen 15 bis 20 minuten geraten aber das wird auf jeden fall etwas kürzer das kann ich auf jeden fall schon mal sagen weil das hier diese besonderheiten die hatten wir schon hier drin mit unserem tutor wo die ganzen extra sachen hergestellt haben sprich wenn ihr besonderheiten haben wollt kann ich eventuell noch mal einen schnitt aus dem einen video machen und das dann sozusagen mal extra hochladen damit ihr nicht immer suchen müsst ich glaube das klingt ganz gut meine ich ja lange rede kurzer sinn hier kann man auf jeden fall wieder folgendes machen dass man das maximum erweitern kann auf 999 das machen wir eben und wir gehen mal auf einen standard also auf eine neue klasse die erstellen wir mal eben den namen klar wir nennen ihn erstmal tutor ja ja tutor geben unserem helden gleichzeitig tutor übernehmen das hier kann man wieder notizen reinschreiben sprich tutorial klasse so und jetzt kommt der gleiche part der vorher ja der ganze umfang den wir jetzt erstellen der war ja vorher beim xp in dem actor drinnen nicht mehr in der klasse sondern in der aktor weil jetzt ist es halt alles in der klasse drin ähm nicht nur der name was ich allerdings ein bisschen schade finde ist dass man hier nicht einfach wenn man doppelklick irgendwie schreiben kann das das finde ich noch ein bisschen das müsste eventuell noch rein ich weiß nicht ob es da irgendwelche patches für gibt mods für gibt ich weiß es nicht vielleicht ich weiß es wäre auf jeden fall richtig super wenn man das irgendwann mal machen könnte so die xp kurven wir fangen mal an mit den xp kurven man kann hier den grundwert erstmal machen sprich umso niedriger ihr die sachen einstellt desto weniger erfahrungspunkte müsst ihr sammeln so hier bräuchtet ihr jetzt zum beispiel auf levels 1 bräuchtet ihr jetzt 10 ep machen wir den anstieg etwas höher bräuchten wir immer noch 10 weil ja der grundwert auf 10 ist genau ähm das ist auf jeden fall die die level für von level 1 zu dingens hier 2 dann kann man natürlich noch zusatz hinzufügen dann geht das auch noch höher dann sind das hier so 90 so und dann wird es halt immer mehr wenn wir den anstieg auf 10 machen dann sind es halt einmal ungefähr mal so doppelt so viel ungefähr beziehungsweise irgendwie ein bestimmter satz den ich nicht weiß ich habe keine ahnung wie das hier so richtig berechnet wird auf jeden fall könnt ihr halt hier verschieden rum spielen ähm und euch sozusagen selber ein äh ja so ein ep ersteigerung halt so selber mal aussuchen dann könnt ihr hier noch auf insgesamt gehen sprich hier sagt man da ja mit level 1 bräuchte man jetzt 10 ep sprich auf level 2 hätten wir gerade 10 ep freigeschaltet so ihr seht aber gerade um level 98 äh von level 98 auf 99 brauchen wir 4000 ep heißt aber nicht dass man 4000 ep dann insgesamt hat weil dann haben wir nämlich bis dahin äh 287815 ep und ja das ist dann wenn man das etwas hoch drückt dann sind das einfach mal von 10 auf 50 sind das schon 1,4 millionen ep ok 1,44 3 millionen und das sind sogar 7,7 millionen also das ja also hier dieser dieser anstieg b ist ganz schön der kann ganz schön viel beeinflussen wie man sieht es ist wirklich kann man grad gucken was ist wenn man den hier ja es ist trotzdem also das ist ein ganz schön guter anstieg äh wir lassen das jetzt mal so auf jeden fall könnt ihr euch da rum spielen mit den ganzen äh grundwerten und was auch immer je nachdem wie ihr halt euer balancing in eurem spiel äh erstellt muss es halt irgendwie passen dass das level entweder nicht zu schnell geht nicht zu langsam äh je nachdem wie es für euch dann äh besser ist ja ob irgendwelche missionen quests was auch immer gute erfahrungspunkte gibt dass es halt nach eurem geschmack nicht zu schnell geht oder nicht zu langsam das ist natürlich eure entscheidung euer geschmack ist da auf jeden fall gefragt hier haben wir wieder die parameter die funktionieren exakt gleich wie bei dem rpg maker xp und ich glaube auch die werden weiterhin genauso funktionieren nur sind halt wieder ein paar andere parameter bei weil das ganze kampfsystem anders rechnet hier kann man ja wieder so wie man will hier rum ziehen wie man möchte hat man zwei level hier grad nur ein leben oder ein ja ein leben ist auch ja genau das ist leben und dann kann man ja hier auf einmal hast du dann für ein level mal eben fast 9900 leben am start des levels also man kann verrückte sachen machen man kann auch so machen also wenn man will dass die leben immer weiter runter gehen weil man kann zum beispiel sagen so ja mein held wird älter dann sagt man so irgendwie so ja mein held kann nur level also bis level 75 oder 70 werden und dann halte halt mit level 70 halt fast kein leben mehr also man kann sozusagen auch das level als alter nutzen je nachdem wie man es nennen will ja dann kann man hier vorgefertigte formeln nehmen ob man jetzt c b a und so alles ich nehme meistens die erstellte kurve nehme irgendwie einen basiswert von 500 und sage jetzt zum beispiel auf level 99 möchte ich jetzt 5.420 leben haben so dann wird die kurve generiert hier könnt ihr noch einstellen wie schnell das an diese 5.420 rangehen soll oder wie langsam jetzt mal grad ein beispiel die kurve geht ganz langsam hoch und jetzt hier geht es super schnell so hier sind einfach schon über 100 leben die steigen also mit level 30 habt ihr dann schon fast 3000 leben also das geht echt super schnell am ende zwar nicht mehr aber wirklich am anfang sehr schnell weil wie gesagt soll schnell ist ja schnell deswegen da könnt ihr auch rum spielen wie ihr möchtet ähm das ist maximal also das ist leben mana angriff wird auch jetzt dazu gerechnet angriff ist jetzt sozusagen einfach nur stärke also das was halt beim xp stärke war ist hier angriff ähm die verteidigung der magische angriff magische verteidigung deine geschwindigkeit und dein luck luck wird halt zusammen berechnet wegen kritische treffer chancen kritischer treffer schaden glaube ich auf jeden fall solche sachen werden da halt mit berechnet sprich wenn dein luck halt hoch ist hast du halt eine höhere chance die ganze zeit kritische treffer raten zu machen nächstes fähigkeiten da könnt ihr natürlich auch wieder frei schnauze könnt ihr da sachen einstellen hier wieder auch notizen äh schwa irgendwie keine ahnung ich weiß es nicht tutor fähigkeit machen wir mal eben hier einen dreifachen angriff so notiz tutor also da könnt ihr habt ihr halt auch wieder vorgefertigte fähigkeiten und alles da werde ich dann wie gesagt auch nochmal zurückgreifen durch auf diese liste hier wenn wir hier sind sprich im nächsten tutorial und dann wird da eventuell auch noch ein tutorial angriff erstellt vielleicht und zauber eine heilung und was auch immer gibt ja auch viele möglichkeiten wieder wie gesagt die besonderheiten hatten wir hier schon ähm im heldenvideo werde ich aber wie gesagt aber auch wirklich schneiden nochmal also sprich das stückchen was in dem äh helden teil ist werde ich rausschneiden und das einfach nur besonderheiten tutorial nennt wahrscheinlich ist wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte idee das könnt ihr euch dann auch angucken an dieser stelle hier wenn ihr das jetzt eben sehen möchtet wird es wahrscheinlich irgendwo auf dem bild oder in der video beschreibung oder wie gesagt es wird auch bei jedem tutorial in der video beschreibung stehen das ist halt die playlist dieser bit.ly link wo keine kosten aufkommen und sonst irgendwas ist halt einfach nur so ein link damit halt kürzer und halt so ein äh ja damit man den link sozusagen beschreiben kann deswegen fand ich das eigentlich recht cool habe ich ja damals auch genutzt gut das war's glaube ich sogar schon etwas kürzer auf jeden fall als der äh als das davor aber ganz klar jedes tutorial dauert eine dreiviertel stunde halbe stunde 20 minuten kann natürlich auch mal eben so ein 5 bis 10 minuten tutorial an so einer karte geben es gibt halt eben nicht immer äh diese 100 jahren langen tutorial jetzt zu jedem wenn halt einfach nicht da ist ich meine beim Held gab es halt auch schon auch wirklich einfach viel mehr einzustellen von daher sprich wenn ihr euch jetzt das besonderheiten anguckt ich werde auf jeden Fall gucken dass ich das dann die tage fertig habe dass ich das kurz rausschneide editiere vielleicht auch noch ich weiß es noch nicht ähm und dann würde ich sagen ich bedanke mich fürs zusehen ich äh ein großes dankeschön an wirklich inzwischen 170 opponenten äh an das fleißige gucken der tutorials von mir und äh ich freue mich dass die ganz gut ankommen von daher bis morgen bis zum eben äh nächsten tutorial für die fähigkeiten haut rein tschüss ruf raw pr Kid ruf ruf